Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Atlantis Okay, beim letzten Mal hatten wir unseren Teppich hier ausgelegt Oder Teppich, auf jeden Fall ganz viel Wolle Teppich, äh, Teppich hier gibt's ja erst ab der 1.6 Irgendwas und wir, also ich habe ja die 1.5.2 So, jetzt wollte ich erstmal den zweiten Baum machen, bevor ich jetzt irgendwas anderes noch mache Und das heißt, der Baum muss leider weg und die Lampe, die Lampe, die Lampe, mal gucken, wie wir das machen Ich denke, ja, wir machen die Lampe auch erstmal weg Brauchen wir sowieso erstmal nicht Also erstmal hier alles wegbomben So, und Und jetzt rum Okay, gut, jetzt müssen wir uns, denke ich mal, hier so eine Jetzt ist der Baum weg Einen Moment, so ein bisschen gerade Fläche machen Und schön Platz Für den Baum Jetzt muss ich kurz überlegen Machen wir da mehr Platz Oder Ja, komm, wir machen hier noch ein bisschen mehr Platz So, guck, 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 guck Okidoki, warte mal, dann machen wir das noch ein bisschen Oh, jetzt habe ich Oh Okay, ich habe jetzt zu viel weggemacht Dann machen wir es so Und dann So, okay So, jetzt haben wir mehr Platz Und jetzt könnte es rein theoretisch hinhauen Nur rein theoretisch Okay, jetzt Oh, jetzt habe ich gar nicht Die Die Setzlinge Wo brauchen wir die denn? Da haben wir den Tropenholz Den nehmen wir mit So Den Amboss brauchen wir sowieso im Moment nicht Wo haben wir Nahrung? Ne, das war unter Werkstoffe Und da Haben wir Noch mehr So, weg damit So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt hinhaut Äh, ne, ich glaube nicht Wir müssen uns einherupper setzen So, jetzt müsste es doch ein theoretisch gehen Ja, er ist gewachsen Wir haben jetzt noch einen Baum Wie geil ist das denn? Cool So Jetzt haben wir das Warte mal Das kommt jetzt erstmal wieder hier weg Jetzt machen wir erstmal wieder hier Erde hin Ne, wir nehmen normale Erde So, jetzt haben wir noch einen zweiten Baum Jetzt können wir unser Baumhaus erweitern Duk, 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 duk So, jetzt machen wir noch ein bisschen Erde hier hin So Okidoki, das ist sehr gut Warte mal Da fliege ich mal jetzt mal direkt drauf Und gucke mir das mal hier an Ah, dann können wir sogar von Baum zu Baum Uhuhu So, dann haben wir einmal hier Oh Ach nö, das ist jetzt aber doof So, so sieht es viel schöner aus Und bis hier oben in die Krone Wow Cool, dann fangen wir direkt mal hier oben an Und sehen mal zu, dass wir So eine schöne Fläche hinbekommen So ein Übergang Ja Ja So Dann haben wir hier so einen kleinen Brücker Duk Warte mal, da machen wir uns noch am besten Stufen hin Hm, was ist denn das? Ach, hier ist Oh, hier ist ganz viel weggegangen Das ist ja aber doof So ist viel schöner Ah, hier haben wir unsere Boxen Cool So Jetzt gehen wir nochmal zurück Und gucken Kann man dann noch was machen Etwas Was sinnvoll wäre Ja, dann machen wir doch das Ah ne, Holz wollte ich jetzt noch nicht Nee Warte mal Bitte das Nee, das stört hier Lassen wir das hier So, jetzt gehen wir wieder runter Äh, runter Wupp So Jetzt müssen wir uns nur noch hier so eine Verbindung Überbauen So, warte mal Dafür müssen wir den Zaun wegbomben Der kommt jetzt weg So Jetzt machen wir uns eine Brücke Aber wir nehmen lieber schmale So Slaps Wo haben wir denn die Slaps? Slippidi Slaps, Slaps So, die nehmen wir Und wir brauchen noch Zaun Zaun, 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 Zaun Wo hatten wir denn denn? Wo waren das? Ja, war das hier 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 haben wir den Zaun Und okay Gut Dann Machen wir uns jetzt hier eine kleine Brücke Subididup Oh, nee Wir machen die so So wäre besser Äh, äh Ah, ich glaube Das wäre viel cooler Wenn wir jetzt Ich habe zuerst überlegt Ob wir hier so einen Zaun hin machen Aber es wäre viel cooler Wenn hier kein Zaun wäre So, jetzt haben wir erstmal das Jetzt müssen wir uns So eine Ebene Darüber bauen Ne, äh Ne, ne, ne Warte mal Machen wir Ja, so geht das viel besser Und So, okay Dann müssen wir jetzt Da haben wir jetzt das Dann müssen wir jetzt hier noch Holz hinsetzen So Ah, hier haben wir oben Hier haben wir ein fettes Loch So, dann müssen wir hier nachher was wegmachen So, ein Moment Jetzt muss man eben hier gucken Licht wäre gar nicht mal so schlecht Jetzt brauche ich wieder einen Glowstone Wo haben wir den Glowstone? Da haben wir Glowstone So, das holen wir weg Wie machen wir das denn? Ah, jetzt habe ich keinen Falltorn Wo haben wir denn die Falltorn? Oh, da haben wir es Da sind sie So, gelbe Walle weg Und Machen wir den am besten hier So Ah, ne Ich habe eine bessere Idee Wir machen die am besten Ne, das ist blöd Da, da ist gut Dann setzen wir hier nur noch Die hier dran Schwupp, schwuppidi, schwupp, schwupp Oh, jetzt müssen wir jetzt mal gucken Warte mal Dann machen wir das da dran Und dann können wir Von unten noch ein Ding Nicht dran setzen Das ist ja jetzt aber doof So, gut Dann machen wir es wieder weg Haben wir es so So, jetzt haben wir von da unten Das war jetzt ein bisschen zu schnell Moment, muss man eben hier gucken Ja, ne, den Zaun Ne, ich habe jetzt gedacht Komm, wir machen da Zaun hin Aber ne So, sollen wir hier drum noch machen Oder lieber nicht? Ne, lieber nicht Machen wir lieber nicht Wir gucken, was wir hier machen können So, erstmal alles wieder weg Das brauchen wir nicht hier So, jetzt haben wir schon eine gerade Fläche Und wir sind sogar auf dem anderen Baum Nicht nur auf den hier Nicht nur auf den hier, sondern da unter uns ist ja noch eine Das ist gut Dann können wir hier noch holzen Oh, Holz zwischensetzen Ja Und da So, machen wir das Und da Und da Und machen wir da Oh, es donnert Hoffentlich werden wir nicht vom Blitz getroffen Oh, dann Baum Oh, das wäre doof Wow So, das können wir auch noch hier weg machen Und dann machen wir noch ein bisschen hier So, um die Ecke Schwubbeliwuppwupp So, jetzt haben wir eine schöne gerade Fläche Oh, jetzt müssen wir jetzt mal gucken Wie kommen wir denn da hoch So, erstmal hier rüber Ah, hier regnet Oh, hier regnet es ja Rein Machen wir mal wieder hier zu Oh Schwüß Ja, so ist schon viel besser Jetzt wären wir hier nicht nass Das ist hervorragend So, hier muss man aufpassen Dass man nicht runterfällt Oh, jetzt ist So, jetzt ist ja besser Warte mal, machen wir das so Dann passt das besser Ach ja ich wollte ja hoch, ich war grad total verwirrt so wo gehen wir denn am besten hoch? ja ja, hinten ist ja nicht so viel Fläche ach komm, dann machen wir uns ein bisschen Fläche ja, das kommt weg da ist ja voll der Blitz da hinten eingeschlagen so, jetzt nehmen wir Holz Und, oh, jetzt muss ich eben meinen Arm richten. Okay, jetzt geht's. Lipp, lipp, lipp. So, jetzt haben wir einen kleinen Racken hier oben. Oh, da kann man... Ah, da könnte man doch eigentlich hier sowas da rüber machen, oder? So, immer oder so? Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Hier könnten wir... Hier machen wir eine Leiter hin. So. Oh, oh. Oh, nee, jetzt... Jetzt habe ich den Baum gekippt. Oh, Mann. So, wo haben wir denn jetzt das passende Holz? Holz, Truppedeutsch haben wir hier. So, die Erde brauchen wir sowieso nicht. Und jetzt kommt das... Aber doch nicht so. Nein, so. Genau. Oh, da kann man jetzt aber nichts drin machen. So, und wir brauchen unbedingt noch ein Dach. Warte mal, dann machen wir hier noch ein bisschen Grünzeug. So, und jetzt haben wir Rekos uns zurück nicht da rein. So. Okidok. Ah, warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Ja. Ich denke, wir machen uns hier so eine Tappenstufen-Dingung hier runter. Und zwar doppelt breit. Ja, so. Warte mal, dann setzen wir direkt hier dran die Stufen. Dup, dup, dup. Schwubeli, wupp, wupp. Und hier... Nee, nicht so. So hätte ich das gerne. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da haben wir die Slips. Dup, 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 dup. So. Cool, dann kann man einmal... Oh, jetzt war ich zu schnell. Einmal hier rauf. Und dann sind wir auf der anderen Ebene. Und dann sind wir hier runter. Und haben dann die andere. Cool. So. Und am zweiten Baum. Wie kann man den erreichen über den ersten hier? Nee, das wäre ja doof. Dann müssen wir noch von hier unten noch was machen. Was ist das denn? Ein Schatten? Ah. Das war wahrscheinlich noch unsere Lampe oder sowas. So, jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir direkt hier rauf. Ja. Dup, dup. Oh, ich habe zu oft gedrückt. Dup. Jau. Oh, war das jetzt eine gute Idee? Nicht schlecht. Nee, das war eine gute Idee. Ha. Direkt in der Krippe. Muss man aufpassen, dass man nicht da runterfällt. So. Ah, Wende wählen wir jetzt. Noch nicht schlecht. So. Die machen wir uns jetzt auch am besten hier so. Nee, dann habe ich ja die Stufen hier so. Ja, aber so habe ich die benutzt. Boah. Habe mich das jetzt erschreckt? Siehst du, irgendwas hier ist doch skandiert. Okay, ich gehe schnell wieder irgendwo drunter. Kann nichts passieren. So. Puh. So. Jetzt Blöcke hier hin. Und hier, hier müssen wir das ja auch machen. Hier kommen die Stufen hin. Dum, da, dum, da, da. Ja, das wieder weg. Stufen. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ach, jetzt schon wieder hier das, schon wieder hier das, äh, jetzt fetzt mich ein Blätter. Genau, Blätter. Das war das Wort, was ich suchte. Ditt, ditt, ditt. So, hier noch ein Stück drumherum. Und fertig. So, dann können wir jetzt hier noch eben das machen. Ditt, ditt, ditt. Ditt, ditt. Oh, das gehört aber nicht hin. Ditt, 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 ditt. Das gehört auch nicht hin. Da war schon wieder der Blitz. Man hört jetzt aber auch mit Wetter. Oh, nee, nee, nee. So wollte ich das gerne haben. Oh, cool. Jetzt haben wir hier so eine kleine Ebene. Da können wir direkt dann runterdüsen. Oh, ein Setzling haben wir bekommen. Ach, nö, nicht der Baum. Ach, nee, ich wollte den Baum doch nicht killen. So, machen wir schnell wieder hier hin. Ditt, 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 ditt. So. Das sieht sehr lustig aus. Warte mal, das müssen wir mit dem was machen. Das können wir so nicht lassen. Da haben wir jetzt ein Problem. Ach, es hat schon aufgehört zu regnen. Gut, dann haben wir jetzt kein Problem mehr. So, okay, dann machen wir auch an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und tschö.